Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Geschichte, denn einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was soll das, das ist ja jetzt nicht der typische Content, den wir so von dir kennen, ich weiß, aber ich sitze hier jetzt gerade so, während ich das aufnehme, in der Silvesternacht, also erstmal frohes Neues, und hatte einfach das Bedürfnis, nochmal ein bisschen was aufzunehmen, auch wenn das bedeutet, dass ich wahrscheinlich viel zu spät im Bett sein werde, aber morgen ist ja sowieso ein Feiertag, das ist halb so schlimm, und darauf folgt direkt ein Wochenende oder so. Auch wurscht, jedenfalls hatte ich einfach vor einer Weile eine gewisse Geschichte gefunden, die, finde ich, das Jahr, das hinter uns liegt, ganz gut zusammenfasst, und ja, was soll ich sagen, es ist jetzt nicht der übliche Content, es sind keine Riot-Kurzgeschichten, dafür gibt's heute etwas Kultur, ihr Kretens, und zwar Edgar Allan Poe, und genug der Vorrede, beginnen wir einfach mit der Geschichte. Die Maske des Roten Todes Von Edgar Allan Poe Gelesen von Tom Spilker Aus dem Englischen von Hedda Eulenberg Der Rote Tod hatte schon lange im Lande gewütet, noch nie hatte die Pest grauenhaftere Verheerungen angerichtet, Blut ging vor ihr her, Blut folgte ihr. Überall sah man die Farbe des Blutes, spürte seine Schrecken. Sie brachte stechende Schmerzen und plötzliche Schwindelanfälle mit sich, denen starke Blutungen aus allen Poren folgten, und ließ unerbittlich den Tod zurück. Die scharlachroten Flecken auf dem ganzen Körper und besonders auf dem Gesichte des Opfers waren die Brandmale, die den Unglücklichen von der Hilfe und dem Mitleid der Menschen ausschlossen, und der erste Anfall, der qualvolle Fortschritt, und das Ende der Seuche war das schauerliche Werk einer halben Stunde. Doch Prinz Prospero? Prinz Prospero war glücklich, furchtlos und weise. Als seine Besitztümer halb entvölkert dalagen, entbohrt er tausend lebenslustige Gesellschafter aus dem Kreise der Ritter und Damen seines Hofes zu sich und zog sich mit ihnen in die tiefe Abgeschiedenheit eines seiner befestigten Schlösser zurück. Es war ein weitläufiges, prächtiges Gebäude, eine Schöpfung nach des Prinzen eigenem, wildem, aber großartigem Geschmack. Eine starke, hohe, mit eisernen Toren verschlossene Mauer umgab das ganze Besitztum. Als die Höflinge eingezogen waren, brachte man Schmelzöfen und schwere Hämmer herbei und schmiedete die Riegel an den Toren zu, denn die Verzweiflung sollte weder jählings von außen herein noch die irre Lustigkeit von innen heraus gelangen können. Die Welt draußen mochte für sich selbst sorgen. Es wäre Torheit gewesen, sich um der Zukunft oder der Menschheit willen trübem Nachdenken und Grübeleien hinzugeben. Der Prinz hatte denn auch reichlich für Vergnügungen und Unterhaltung gesorgt. Da waren Spaßmacher, Improvisatoren, Balletttänzer, Musiker, dazu die schönen Damen und die edlen Weine. Ja, alles das und Sicherheit war im Schloss. Draußen war der Rote Tod. Im fünften oder sechsten Monat, als die Pest im Lande gerade am schlimmsten wütete, lud Prinz Prospero seine tausend Freunde zu einem Maskenballe von ganz ungewöhnlicher Pracht ein. Die Schar der Menschen bot einen berauschenden Anblick dar, doch will ich erst die Räume beschreiben, in denen das Fest stattfand. Es waren ihrer sieben. Eine wahrhaft fürstliche Zimmerflucht. In den meisten Palästen würde sie wohl eine einzige lange Durchsicht geboten haben, da man im Allgemeinen die Flügeltüren nach jeder Seite hin bis fast an die Wand zurückschieben und alle Räumlichkeiten mit einem Blicke durchstreifen konnte. Die Vorliebe des Prinzen für alles Bizarre hatte ihn jedoch bewogen, das Schloss so unregelmäßig bauen zu lassen, dass man zu gleicher Zeit nur wenig mehr als ein Zimmer überschauen konnte. Nach je zwanzig oder dreißig Schritten gelangte man an eine scharfe Biegung, die einem stets den Anblick auf ein neues Bild freiließ. In jedem Zimmer ging zu rechten und linken in der Mitte jeder Wand ein hohes, schmales, gotisches Fenster auf einen geschlossenen Korridor hinaus, der den Windungen der Zimmerflucht folgte. Die Scheiben der Fenster waren aus buntem Glase, dessen Farbe mit derjenigen übereinstimmte, die in der Ausschmückung des Zimmers vorherrschte. Das Zimmer am östlichen Ende der Reihe war zum Beispiel in blau gehalten und dementsprechend strahlten auch die Fensterscheiben in funkelndem Blau. Das zweite Zimmer war mit purpurroten Wandbekleidungen und Zierraten ausgestattet und auch die Scheiben waren purpuren. Das dritte Gemach war ganz in grün ausgestattet und zauberhaftes grünes Licht ergoss sich durch seine Fenster. Das vierte Zimmer hatte orangefarbige Möbel und Beleuchtung, das fünfte Gemach war weiß, das sechste violett. Das siebente aber mit schwarzem Sammet ausgeschlagen, der den Plafond und die Wände umhüllte und in schweren Falten auf den Bodenteppich von derselben Farbe und dem gleichen Stoff niederfiel. In diesem Zimmer allein entsprach die Farbe der Fenster nicht der übrigen Ausschmückung. Hier waren die Scheiben scharlachrot, tiefscharlachrot. In keinem der sieben Zimmer war unter dem Überfluss an goldenen Zierraten, die endlos umherstanden oder von der Zimmerdecke herunterhingen, eine Lampe oder ein Kandelaber zu entdecken. In den Korridoren, welche die ganze Zimmerflucht umschlossen, stand jedem Fenster gegenüber ein massiver Dreifuß, in dem ein Kohlenfeuer loderte, das seine Flammen durch das bunte Glas in das Zimmer warf und ihm so eine glühende, helle und eine stets wechselnde, fantastische Beleuchtung mitteilte. Aber in dem westlichen oder schwarzen Zimmer war die Wirkung, die das feurige Licht der blutroten Scheiben auf den schwarzen Wandbekleidungen hervorbrachte, eine so gespenstische, gab den Gesichtern der Eintreten ein so grässliches Aussehen, dass nur wenig Kühn genug waren, ihren Fuß über die Schwelle des Gemaches zu setzen. An der westlichen Wand in diesem Zimmer stand eine riesengroße Uhr aus Ebenholz. Ihr Pendel schwang mit dumpfem, schwerem, eintönigem Schlagen hin und her. Und wenn der Minutenzeiger seinen Kreislauf über das Zifferblatt beendet hatte und das Uhrwerk die Stunde zu schlagen begann, drang aus der metallenen Brust der Uhr ein voller, tiefer, wunderbar musikalisch klingender Ton hervor, der von so besonderem Klange, von so seltsamer Feierlichkeit war, dass nach Verlauf jeder Stunde die Musiker sich wie von einer unerklärlichen Macht gezwungen fühlten, eine Pause zu machen und dem Tone zu lauschen. Die Tanzenden mussten plötzlich innehalten, ein kurzes Missbehagen bereitete sich über die ganze fröhliche Gesellschaft. Man sah, während die Glocken des Uhrwerks tönten, die leichtfertigsten Erbleichen und die Älteren und Gesetzteren wie in traumhaftem Nachdenken verloren, ihre Stirn in ihre Hand senken. Doch sobald der letzte Schlag verklungen war, brach die Gesellschaft wieder in heiteres Lachen aus. Die Musiker blickten einander an, lächelten wie über eine Torheit und gelobten flüstern, sich beim nächsten Stundenschlage nicht wieder in eine ähnliche Aufregung bringen zu lassen. Aber wenn nach Verlauf von 60 Minuten die 3600 Sekunden der flüchtigen Zeit bedeuten, neue Glockenklänge von der Uhr her tönten, dann schrak die fröhliche Maskenschar wie vorher auf und wartete wieder mit banger, verstörter Angst auf ihren letzten Schlag. Und doch war es trotz allem ein heiteres, köstliches Fest. Der Prinz hatte seinen ganz besonderen Geschmack. Er liebte seltene Farben und Farbenwirkungen und verachtete alles Herkömmliche. Seine Pläne waren kühn und voller Leben und aus seinen Entwürfen sprühte die Glut ferner, schöner Zonen. Manche da draußen hatten ihn für wahnsinnig gehalten. Seine Hofgesellschaft wusste, dass dies ein Irrtum war. Aber man musste ihn selbst hören, ihn sehen, musste mit ihm reden, um wirklich überzeugt zu sein, dass er es nicht war. Um dieses große Fest zu verschönern, war ein Teil der beweglichen Ausschmückung der sieben Gemächer unter seiner Leitung entstanden. Sein eigener, eigenartiger Geschmack hatte auch die Kostüme der Masken bestimmt. Und sie waren wirklich höchst grotesk. Da gab es Farbenpracht und Glanz und Glitzern, viel Fantasie und Pikanterie. Arabeskenhafte Gestalten mit seltsam verrenkten Gliedmaßen wandelten umher und gemahnten wohl an die Traumgebilde eines Tollen. Viel Schönes war da, viel Übermütiges, viel Bizarres, manches Schreckliche und nicht wenig, das widerwärtig wirkte. Auf und ab wogte es in den sieben Zimmern wie eine Menge wirrer Traumgestalten. Und die Masken gingen ein und aus, stets wechselnd, bald zaubervoll, bald spukhaft beleuchtet. Und die lauten Klänge des Orchesters durchtönten die Luft wie das Echo ihrer Schritte. Und mitten in den Trubel hinein erklingen dann plötzlich die Glockenschläge der Ebenholzuhr und für einen Augenblick tritt Totenstille ein. Man hört keinen Laut, nichts, nur die Stimme der Uhr. Die Traumgestalten bleiben, wie von plötzlicher Erstarrung ergriffen, auf dem Flecken stehen. Aber kaum ist der letzte Ton verhallt, so erklingt hinter ihm her ein leichtes, halb unterdrücktes Lachen. Die Musik schwillt wieder sanft empor, die erstarrten Träume beleben sich wieder und wogen noch heitere auf und ab durch das Glühen der vielfarbigen Fenster, durch den seltsamen Feuerschein, den die Dreifüße flackernd entsenden. Aber in das Westliche der sieben Zimmer wagt sich keine der Masken mehr hinein. Denn es ist schon tief in der Nacht und ein grelles Licht dringt durch die scharlachroten Scheiben. Und die Düsterkeit der schwarzen Drapieren tritt immer erschreckender hervor. Und dem, der es wagt, seinen Fuß auf den schwarzen Teppich zu setzen, klingt das dumpfe Ticken der Ebenholzuhr warnender, feierlicher ins Ohr als denen, die sich in den anderen Gemächern der lauten Fröhlichkeit überlassen. Aber in den übrigen sechs Gemächern herrschte ein dichtes Gedränge und fieberhaft pulste dort der Herzschlag des Lebens. Der festes Rausch stieg höher und höher, bis endlich die Uhr der Mitternachtsstunde zu schlagen begann. Und nun, wie bei jedem Stundenschlage, bricht die Musik plötzlich ab. Die Tanzenden bleiben starr stehen, überall tritt wie vorher eine unheimliche Ruhe ein. Aber diesmal waren es zwölf Schläge, die von der Uhr ertönten, und daher kam es auch wohl, dass in der längeren Zeit den Nachdenklicheren unter den Festgenossen tiefere und ernstere Gedanken kamen. Und daher kam es auch wohl, dass, noch ehe der letzte Schlag in der Stille verklungen war, mehrere aus der Menge sich der Gegenwart einer maskierten Gestalt bewusst wurden, die bis dahin noch keiner von ihnen bemerkt hatte. Als das Gerücht von der Anwesenheit dieser neuen Erscheinung flüsternd die Runde gemacht, ertönte aus der ganzen Gesellschaft ein Murmeln des Staunens, der Missbilligung, das sich endlich zu einem Ausdruck des Schreckens, des Entsetzens und des Abscheus steigerte. Es lässt sich denken, dass es schon eine ganz ungewöhnliche Maske sein musste, die in einer so fantastisch gekleideten Gesellschaft eine derartige Erregung hervorbringen konnte. Die Maskenfreiheit war in der Tat für jene Nacht fast unbeschränkt, aber die unbekannte Erscheinung ging sogar über des Prinzen weitgehendste Erlaubnis hinaus. Selbst in den leichtfertigsten, frivolsten Herzen gibt es Seiten, bei deren Berührung der Mensch erbebt. Und selbst für die Verlorenen, denen Leben und Tod nur noch ein Spott ist, gibt es Dinge, die sie nicht zu ihrem Gespött machen wollen. Die ganze Gesellschaft schien auch hier von dem Gefühl durchdrungen, dass in dem Kostüm und dem Auftreten des Fremden weder Geist noch die geringste Empfindung für Schicklichkeit zu erkennen sei. Seine Gestalt war lang und hager und vom Kopfe bis zu den Füßen in Leichentücher gehüllt. Die Maske, die sein Gesicht verhüllte, war so getreu dem Angesichte eines schon erstarrten Leichnamens nachgebildet, dass man auch bei genauester Prüfung die Täuschung kaum erkennen konnte. Doch dies alles hätten die tollen Festgenossen vielleicht nicht gebilligt, aber doch noch erträglich gefunden. Aber der Vermummte war so weit gegangen, den Typus des Roten Todes anzunehmen. Die Laken, die ihn umhüllten, waren mit den grauenhaften, schalarroten Flecken besprenkelt. Als die Augen des Prinzen Prospero die gespenstische Erscheinung erblickten, welche mit langsamen, feierlichen Schritten, als wolle sie ihre Rolle möglichst gut markieren zwischen den tanzenden Auf- und Abschritt, bemerkte man, dass er im ersten Augenblick in heftigem Schauder voller Schrecken und Abscheu zusammenzuckte. Doch dann stieg ihm die Zornesröte ins Gesicht. Wer wagt es, fragte er mit heiserer Stimme die Höflinge in seiner Nähe, uns durch diesen gotteslästerlichen Spott zu beleidigen. Er greift ihn und reißt ihm die Maske ab, damit wir sehen, wen wir bei Sonnenaufgang an den Zinnen des Schlosses aufhängen lassen. Der Prinz befand sich im östlichen oder blauen Zimmer, als er diese Worte sprach. Sie tönten laut und klar durch die sieben Räume, denn der Prinz war ein kühner, kraftvoller Mann und die Musik hatte einen Wink seiner Hand zum Schweigen gebracht. In dem blauen Zimmer also stand der Prinz, umgeben von einer Schar Höflinge, denen das Blut aus dem Antlitz gewichen war. Als er zu sprechen begonnen hatte, machte sich in der Gruppe eine leichte Bewegung auf den Eindringling zu bemerkbar, der in diesem Augenblick ebenfalls in der Nähe war und jetzt mit gemessenen, majestätischen Schritten auf den Sprecher zutrat. Aber die wahnsinnige Vermessenheit des Vermummten flößte der ganzen Gesellschaft ein so namenloses Entsetzen ein, dass es niemand wagte, Hand an ihn zu legen. Ohne dass ihn jemand aufgehalten hätte, trat er bis auf zwei Schritte an den Prinzen heran und während die Höflinge wie von einem Gefühl der Angst getrieben aus der Mitte der Zimmer an die Wände zurückwichen, durchschritt er ungehindert mit demselben feierlichen, gemessenen Schritt, mit dem er gekommen, das blaue Zimmer, dann das purpurne, das grüne, das orangefarbene, das weiße, das violette. Niemand machte eine Bewegung, bis plötzlich Prinz Prospero, rasend vor Wut und Scham über seine eigene, unerklärliche Feigheit, obwohl ihm niemand von den Höflingen zu folgen wagte, so sehr hatte sie der Schreck gelähmt, durch die sechs Zimmer stürzte. Er schwang einen Dolch und war der vor ihm herschreitenden Gestalt schon auf drei oder vier Fuß nahe gekommen, als diese gerade das Ende des schwarzen Gemaches erreicht hatte, sich plötzlich umwandte und den Verfolger anblickte. Ein gellender Schrei erscholl, der Dolch fiel blitzend auf den schwarzen Teppich nieder, auf den einen Augenblick später Prinz Prospero tot hinsank. Nun raffte sich endlich eine Schar der Festgenossen auf, sie drangen in das schwarze Gemach, ergriffen den Vermummten, dessen hohe Gestalt aufrecht und bewegungslos im Schatten der Ebenholzuhr stand, aber in wahnsinnigem Entsetzen schrien sie auf, als sie fühlten, dass die Grabgewänder und die Leichenmaske, die sie mit so rauer Gewalt gepackt, keine Gestalt eingehüllt hatten, die greifbar war. Und nun erkannten sie die Gegenwart des roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht, und einer nach dem anderen sanken die Gäste des Prinzen Prospero in den blutbefleckten Sälen ihrer Lustbarkeit dahin und starben in der verzweifelten Stellung, in der sie niedergesunken waren. Die Ebenholzuhr stand mit dem Tode des Letzten der Fröhlichen still, die Flammen der Dreifüße verloschen und Finsternis und Verwesung legten sich über das Totenschloss. Ich glaube, jetzt versteht jeder, was ich meine mit Das fasst das Jahr ganz gut zusammen, denn was lernen wir? Während einer Pandemie ist es nicht unbedingt klug, eine Party abzuhalten. Gut, da fallen in der Regel nicht direkt bei der Party alle tot um, aber ihr versteht hoffentlich, warum ich diese Geschichte ausgewählt habe. Und ja, generell, ich finde Edgar Allan Poe hat ein paar sehr interessante Sachen geschrieben, vielleicht werde ich noch ein paar andere Sachen von ihm bringen. Der Vorteil ist ja, wenn jemand schon so lange tot ist, dann sind die Texte quasi allgemein verfügbar. Deshalb, ich denke, das sollte kein Problem sein. Ja, wie gesagt, heute gab es ein bisschen Kultur für euch und ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren lassen. Eventuell bringe ich mehr solche Sachen, keine Sorge, Geschichten aus Loon Terra wird es weitergeben. Wenn ich die Zeit finde, sowas aufzunehmen, kann aber durchaus auch mal was anderes kommen. War jetzt so ungefähr 20 Minuten. Ich denke, das ist eine ganz gute Länge für sowas. Wir hören dann wieder beim nächsten Mal voneinander und ja, ich denke, ihr könnt mich natürlich auch auf die üblichen Arten unterstützen, wenn ihr das wollt. Das heißt, Likes und Abos und was nicht sonst noch alles möglich ist mit den ganzen Knöpeln auf YouTube. Und ansonsten gibt es noch die ersten drei Links in der Videobeschreibung, wenn Leute mich tatsächlich finanziell für sowas unterstützen wollen. Vielleicht mache ich auch mal so eine Sammlung an Kurzgeschichten und packe die mit auf Bandcamp oder vielleicht schreibe ich sogar mal was Eigenes. Lasst einfach eure Meinung da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Cheerio!